Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit die Lange Leitung. Die Lange Leitung heute mit unserem Mentalisten und Gedankenleser Mark Hagenbeck. Hallo Mark! Hallo! Und die Kim Weber aus Berlin ist auch da. Kim Weber, die YouTuberin. Sag mal hallo! Hi! Ja, ich bin der Sashi und ich halte jetzt gleich einen Gegenstand in die Kamera, der raten werden muss von den beiden. Wer mitraten will da draußen, der macht bei dem Gong kurz die Augen zu und wenn der Gong dann wieder ertönt, dann könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Jetzt halte ich den Gegenstand in die Kamera. So sieht er aus. Ha, was ein Gerät, hä? Wow, super! Jetzt hältst du da in die Kamera. Ich sag dir, wie geil ist das denn? Ja! So, jetzt ist der Gegenstand wieder weg. Und mein Hinweis... Ich will es gar nicht wissen. Mein Hinweis lautet, damit sollte man keinen Sex machen. Und anfangen darf die Kim. Oh Mann, ey. Ja. Ja. Wenn ich das Ding gesehen hätte, hättest du gesagt so, wie? Hat, äh, ja. Haben das, äh, weiß ich nicht, äh, hat das jeder im Haushalt? Ich weiß nicht, ob jeder, aber ich nehme mal an, dass es sehr verbreitet ist, ja. Okay. Ist das, äh, in der Küche zu finden? Nein, nicht in der Küche. Ist es eine Pflanze? Nein, es ist keine Pflanze. Kim, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Pass auf. Also ich habe ja gesagt, das sollte man nicht beim Sex verwenden. Ja. Aber, Kim, es ist wenigstens schön hart. So, jetzt kommst du, Kim. Typisch Männer, wa? So ist das hier, warum? So. Ha? Ah, Gott, ey. Das ist eine... Benutzt man das im Alltag? Alltag. Also ich benutze es nicht jeden Tag. Nein. Markimark. Bin ich dran? Äh, ja. Also du benutzt es nicht jeden Tag. Nein, nein. Zu Hause. Ist es... Kommt es aus der Kategorie Werkzeug? Richtig. Sehr gut, Herr Hagenbeck. Ja, das war es aber dann auch schon. Ja, so. Ähm. Ja. Also es ist nichts irgendwie so ein Batteriebetriebenes irgendwie so. Es ist ein Hammer. Äh. Es ist ein Hammer. Ist das scheiße? Das ist doch voll langweilig jetzt. Och, Mano. Ja, es ist ein Hammer. Ach, Mist. Echt jetzt? Jippie. Mist, ärgern, ärgern. Mist. Ja, es ist ein Hammer. Echt jetzt? Der Mark Hagenbeck ist halt am Ende schon irgendwie im Part, ne? Ja, klar. Der kann sich da so reinversetzen. Das ist Kacke mit dem. Das spiele ich nicht gern mit dem. Damit der Kim hätte ich noch wochenlang weitermachen können. Ja. Bist du noch da, Kim? Oder hast du ihn aufgelegt? Ja, ja, ich bin noch da. Kim ist vom Stuhl gekippt. Ja, genau. Ja, genau. Das war wieder die lange Leitung. Heute ein bisschen mittellang, fast kurz. Ich bin die Sashi, die Kim Weber war dabei und der Mark Hagenbeck. Ich sage Cheerio mit Sophie, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Das war die lange Leitung. Auf Schoki-Banoki-New-Television. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.